das kann sein was das war wenn du willst kannst du gern meins haben ne es ist jetzt egal wie geht es halt nicht ich hab nicht mitbekommen es wusste ich für ihn ja das war eigentlich für jeden so vorbereitet na gut egal legt halt was in die kiste rein für den nächsten der spielen wird so wo bist du denn Bosch das Buch Jochen an die du bist die Kälte für den Weg ich kann mir keine Namen die Szenen ich bin wo bist du denn nur in der Gegensammlung was so gut an überschritten ist die nach Hause das kommt jetzt okay ich suchte ich ich komme glaube ich von deinem Haus ich sehe dein Haus glaube ich oder Westenhaus ist das was das ist meint immer noch aus sogar nicht sehen okay grüßchen ich hab noch auf der großen Kurs da hinten ist man aus hier kommt es um die rum der Gering was gesagt dass man fertig gebrannt und feiten ist es doch nachgegeben die Branche ist ein das ist weißen er hat wenn man so was reichen er hat es auch für die unkartig vertreten das ist alles alles klar jetzt habe ich zwar nicht gezählt aber okay ich versuche einfach mal weil ich hatte es wird so einen Tag okay und du hast Videobeweis also das Leben zu Hause ankommen ich mache dann das war ein Fehler von mir ich mache den ganzen Rest um und fleißig und Pachter in die Kiste um wenn du nicht lebens zu Hause an kommst und sagt mir wo du stirbst ich habe die Eitel für dich auf ich sterbe dann wahrscheinlich eh kurz vorm Haus Hilfe Hilfe ich komme mal kurz zu dir okay ist deine Tür offen? ja gell ich kann kurz bei dir kampieren ja was macht die Kiste hier? ich komme nicht nein du musst geh rum geh rum und dort nein da steht was vor der Tür ja geh rum dort ist ein Zaun toll da gehst du rein dann ist dort ist dort ähm ist dort Tür hört ok ok ich habe jetzt irgendein bisschen wackels wackels mach die Kiste kaputt ich muss nicht mach ich doch gar nicht ich habe dann verkleidet wird er hat sich die Dichtes das war halt nur das Geld ist das Geld dahin das steht ein Künstler vor der Türmen der ist jetzt ab oh mein Gott ich glaube ich habe die Haltung ein paar Probleme die Hände aber bitte den Hund nicht in der Hälfte ich brauche ich nach unten und dann brauche ich mich raus okay L. und er bin nicht runterbaustig zu sein Sturz mit 2 1 1 1 1 es wird vom Baum ich bin der Garten in den Städten hier so von mir aus können wir schlafen vor mir aus nicht dass ich den Weg war benutzen ich will mir die Rüstung machen klar dass alles benutzen alles benutzen bis auf die Kohle zumal sind rufen und um meiner Kiste und der Borgge und ich weiß wie viel Kohle in den Dinger und wenn ich jetzt nach der Schupport gesicht die Sonne ich sehe die Sonne das war jetzt noch die Meisheit jetzt geht's wieder das war aber jetzt noch das was soll ich die Sonne gesehen die Tür wollte ich auch noch bauen. Ach komm, ich baue die einfach hier unten ab. So, das dann auch noch. Tür platzieren. Ah, wie soll das Passwort sein? Ah, nein. Achja. So. So, nach oben. Ja, okay, wer von euch liegt im Bett? Ich liegt. Boah, ey, das ist ein richtiger Creeper-Party. Eine richtige Creeper-Party, meine ich natürlich. Boah, ey. So, ich höre jetzt auch mit der Aufnahme auf und dann sehen wir uns beim nächsten Part oder bei der nächsten Aufnahme oder jetzt gleich. Bis dahin, Sparek. Ciao, Leute.